So, Peter, Can, du hast mir vorher nicht gesagt, was du hattest. Du hast einfach gesagt, ich gehe immer vorbei und schau mal, ob der weiß, was mir fehlt oder wie es wehtut. Habe ich die Stellen angefasst, die dir wehgetan haben? Ja, erstaunlich, genau. Und das Gefühl ist, als wenn ich voller Energie jetzt stecke. Okay, was hat dir wehgetan? Ich weiß es immer noch nicht, aber ich habe einfach gemacht, was der Körper mir gesagt hat, wo es fehlt. Also einfach diese Blockaden in der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Nacken und dann einfach immer diese Spannungskopfschmerzen. Okay. Und die sind, ja, als wenn ich keinen Rucksack mehr tragen müsste. Ja, also diese Last liegt auf dem Rücken und das macht diese Behandlung die Wahrheit oder ist das gespielt? Weil man guckt sich ja bei YouTube diese Seiten an und so weiter. Das ist nicht gespielt und ich habe schon vieles von dem gesehen und bin gerade jetzt noch ein bisschen perplex, wie schnell das kann man nicht. Gut. Wie lange hat es gedauert? Zehn Minuten? Ja. Genau. Also so schnell geht das. Einfach öfter machen. Nicht jetzt jede Woche, aber einfach öfter machen, bis der Körper wieder geschmeidig ist und man lebt länger. Was für eine Sportart machst du normalerweise? Ursprünglich Triathlon und da bin ich jetzt mehr im Coaching tätig. Okay. Sehr gut. Dann kannst du jetzt gut nutzen. Also du weißt jetzt ungefähr, was man tun könnte. Und neben dem Training, was natürlich super ist, braucht man das hier, um an die Verletzungen dran zu kommen, wo man selber einfach nicht dran kommt. Ja. Das kannst du nicht aufdehnen. Selber Trainer. Ja. Welche Dehnübungen willst du an diesen Kronenrücken dran? War mir eine Ehre. Danke. Danke dir, Mann. Danke. Danke.